Hallo zusammen, hier in dem Video will ich dir zeigen, wie du dich beim Amazon Markenregistrierungsprogramm anmeldest und was für einen Haufen von Bonusfunktionen du dann als Händler freigeschaltet bekommst. Aber unterm Strich das Wichtigste ist, dass Produkte von Händlern, die im Markenregistrierungsprogramm sind, ca. 3-5% mehr Umsatz machen. Das belohnt Amazon wieder mit höheren Positionen in den Suchergebnissen, wo wiederum mehr Kunden dein Produkt kaufen. Also keine Frage, es lohnt sich für praktisch jeden. Hier in dem Video zeige ich dir, wo du es anmeldest, was die genauen Schritte sind und was für Bonusfunktionen du ab dann alles nutzen kannst. Springen wir also auf meinem Bildschirm und starten los mit der Anmeldung, bevor wir da die ersten Schritte machen und unsere Mark auf Amazon anmelden, gehen wir kurz darüber, warum wir es eigentlich machen, was wir von Amazon dafür zurückbekommen und das ist eine ganze Menge. Sehen wir hier auf dieser Seite, den Link dazu poste ich auch in das Video, dass du es direkt findest. Das ist die Eingangsseite zur Markenregistrierung und da siehst du, was du alles dabei bekommst. Und bevor wir überhaupt zu dem Punkt gehen, wie viel du mehr verkaufen wirst, weil du so viel mehr Marketing-Tools von Amazon bekommst. Hier Vorteile für Händler, die sich anmelden und zwar 5% Bonus auf die ersten 900.000 Euro Umsatz. Also eine Riesenmenge. Du zahlst typischerweise in den meisten Kategorien 15% Verkaufsgebühr an Amazon und das reduziert sie auf 10%, das heißt 5% mehr Gewinn für dich in der Tasche und allein dadurch wirst du wesentlich mehr sparen, als es dich kostet. Dann bekommst du eine Teilnahme im Amazon-Wein-Programm dabei. Das Amazon-Wein-Programm sind die einfachsten Bewertungen, die du je bekommst von Amazons eigenen Pool an Kunden, die dein Produkt bewerten werden. Der Service kostet normalerweise 180 Euro und gibt dir so richtig Rückenwind beim Produktstart mit den ersten super Bewertungen und das hast du hier inklusive, das heißt hier auch nochmal richtig Geld gespart. Außerdem sparst du beim Lagern 4 Monate lang wirst du kostenlos die ersten 100 Einheiten von deinem Produkt bei Amazon lagern können. Außerdem, wenn du dann PPC-Werbung schaltest, bekommst du 45 Euro Gutschrift auf Sponsored Products Werbung, auf PPC-Werbung und wenn du dann noch Coupons rausgibst, Rabattcoupons, sparst du auch da 45 Euro an Gebühren. Das heißt, wenn du dir das alles zusammenrechnest, ist allein das schon ein Riesengrund, die Markenregistrierung zu machen. Jetzt kommen wir mal zu den tatsächlichen Gründen und das ist natürlich in deinem Produktlisting selber. Du hast weiterhin hier oben die Bilder, Überschrift und Stichpunkte. Was du dazu bekommst, ist die Möglichkeit, ein Produktvideo in deinem Listing hinzuzufügen. Absolut cool, wird dir automatisch mehr Verkäufe bringen, wenn das Video gut ist. Aber noch größer ist der A-Plus-Inhalt. Wenn du tiefer scrollst, hast du praktisch eine eigene Webseite in deinem Produktlisting und es ist dir überlassen, wie du es gestaltest. Hier zum Beispiel derjenige startet mit einem großen Banner, der darauf hinweisen soll, wie nachhaltig das Produkt ist. Dann bekommst du jede Menge Details mit schönen Fotos von dem Produkt, wo es nochmal erklärt wird für die Leute, die einfach ein bisschen mehr brauchen, um sich zu überzeugen, bevor sie kaufen. Und noch ein Riesenpunkt, den andere Händler nicht haben, ist, dass du deine anderen Produkte in deinem Produktlisting präsentieren kannst. Diese Mark hat zum Beispiel nicht nur diese Trinkflasche. Es hat auch eine Flasche mit Behälter für Früchte, um dein eigenes Wasser mit Fruchtgeschmack zu machen. Es hat einen Proteinshaker. Es hat hier diese Einsätze mit den Fruchtgeschmäcken, die du hier kaufen kannst. Du stellst dir alle deine Produkte noch vor. Und mit einem Kunden, der auf dein Listing gegangen ist, machst du automatisch nur ein paar Extra-Verkäufe, weil er sagt, oh cool, das brauche ich auch. Und deswegen sind die A-Plus-Inhalte, die du mit der Markenregistrierung bekommst, der große Game Changer. Den nächsten Punkt, den du nur bekommen wirst mit der Markenregistrierung, sind die Extras bei der PPC-Werbung. Du kannst dein Produkt nicht einfach nur hier oben mit PPC bewerben, wie zum Beispiel das Produkt gemacht wird, gesponsert, steht hier. Sondern noch in der Suchergebnisliste über allem kannst du eine Marke registrieren. Das bekommst du auch nur mit Markenregistrierung. Hier ein Foto, ein Symbolfoto, die die Produkte bei der Anwendung zeigt. Wir hatten dann hier ein paar seiner Produkte von dieser Marke mit deinem Logo und mit einem Slogan. Und das am Kopf der Seite, der Suchergebnisse, super prominent, absolut genial. Wenn eine Marke hat, muss das machen. Oder hier Video-Werbung. Du kannst hier ein Video laufen lassen. Und das stoppt die Leute beim Scrollen und lässt sie auf dein Produkt klicken. Absolut genial. Riesenplus im Bereich Werbung also. Und einen nächsten Punkt haben wir auch noch, den großen Unterschied macht. Du bekommst eine Adresse auf der Amazon-Seite, die eine Einstiegsseite in deinen Shop ist. Und wenn ich hier mal runterscrolle, sehe ich die verschiedenen Produkte oder teilweise auch Videos von dem Anbieter und nichts anderes. Da werden keine anderen Produkte präsentiert, außer die von dem Anbieter-Katalog. Und du siehst einen richtigen Shop auf der Amazon-Seite. Den kannst du zum Beispiel verlinken von deinem Facebook, von deinem Instagram, YouTube, von wo immer. Und die Leute kommen direkt auf deinen Shop, ohne andere Produkte zu sehen. Sehr, sehr cool. Das sind also die ganzen Extras, die du für dein Marketing bekommst. Der größte Punkt ist natürlich, dass deine Marke geschützt wird. Kein anderer kann deinen Markennamen auf Amazon benutzen. Falls jemand das Ganze verletzt, kannst du ihn melden, runterwerfen lassen. Falls sich jemand an dein Produkt anhängt auf dein Listing, macht es das auch viel einfacher, den von deinem Listing zu kicken. Das ist der eigentliche Grund, warum man Markenregistrierungen macht. Denn das andere ist eigentlich Bonus. Aber der Bonus ist einfach so groß, dass das alleine schon die Motivation für die meisten Händler ist. Starten wir also, indem wir hier auf Registrieren klicken. Jetzt sind wir also auf der Maske und es geht los. Wie lautet der Markenname? Da kommt genau das hin, was du beim DPMA angemeldet hast, was auf der Urkunde steht. Als nächstes gibst du aus, wo die Anmeldung erfolgt ist. Das ist natürlich bei den meisten von euch beim Deutschen Patent- und Markenamt. Als nächstes musst du die Registrierungsnummer eingeben. Die findest du auch auf der Urkunde. Wenn du es eingibst, beachte, keine Leerzeichen dazwischen, auch wenn es auf der Urkunde mit Leerzeichen geschrieben ist. Und als nächstes musst du ein paar Produktbilder raufladen, auf denen die Marke zu erkennen ist. Die einen oder anderen von euch machen das vielleicht, während sie gerade den Produktstart vorbereiten. Und du hast das Produkt noch gar nicht, weil es noch auf dem Weg nach Deutschland ist. In dem Fall, werd kreativ. Amazon schreibt nicht vor, in welcher Form der Markenname aufgedruckt ist, wer ihn aufgedruckt hat. Es muss einfach das Produkt mit dem Markennamen zeigen, wie es hinterher verkauft werden soll. Das heißt, wenn du ein Muster bei dir hast von einem Produkt, geh zu einem Copyshop, der Sticker druckt. Lass dir einen Sticker drucken und kleb deine Marke drauf. Oder schreib deinen Hersteller an und sag, er soll dir auf einem Muster irgendwie den Markennamen bringen, dass du es fotografieren kannst und hier einreichst an der Stelle. Ansonsten, falls du aber schon weiter bist und dein Produkt mit dem Markennamen hast, machst du ein paar Handyfotos, dass man es sieht und hier wird es raufgeladen. Jetzt sind wir schon auf der zweiten Seite und müssen angeben, was wir sind bei Amazon. Verkäufer, Lieferant, weder noch. Die meisten von euch, die Amazon FBA machen, werden Verkäufer sein. Lieferanten sind die, wo Amazon die Ware selber verkauft und managt. Wer FBA macht, klickt einfach Verkäufer an und es geht zum nächsten Schritt. Dort musst du die Kategorie auswählen, in der dein Produkt auf Amazon gelistet ist. Als nächstes gibst du den Marktplatz an. Amazon.de wird es für die meisten von euch sein. Und schließlich die Asin. Die Asin ist deine Amazon Artikelnummer. Die findest du im Sell Essential, wenn du auf Lagerbestand klickst oder einfach auf deiner Produktseite. Wenn du ein bisschen runterscrollst, siehst du hier Asin und kopierst sie hier raus. Die nächsten zwei Punkte kannst du überspringen. Die sind optional. Trag es ein, falls du es hast und zwar einmal die Adresse von deiner Webseite, wenn du eine besitzt. Oder falls du noch auf einer anderen E-Commerce Plattform wie eBay und so weiter verkaufst, kannst du es hier hinzufügen. Und damit kommen wir schon auf die letzte Seite und müssen noch angeben, verkaufen wir auch an andere Händler. Für die meisten von euch ist es ein Nein. Wo werden die Produkte ihrer Marke vertrieben? Hier kannst du auch nochmal auswählen, in welchen Ländern das ist. Ich gebe mal Deutschland an, ist aber auch optional. Lizenzinformationen, lizenzieren sie Marken an andere. Das wird auch für 99% ein Nein sein. Es sei denn, du hast vielleicht irgendeine Marke, irgendein Logo, das auf deinen Produkten ist und du erlaubst auch anderen Händlern gegen Gebühr das Ganze zu benutzen. Wenn du soweit bist, klickst du auf Abschicken und jetzt geht es auf seinen Weg. Und wir bekommen hier den Hinweis, sie haben ihren Antrag auf Markenregistrierung erfolgreich eingereicht. Wie geht es weiter? Eine andere Marke registrieren oder fertig? Wir sind fertig, das war es für heute. Jetzt heißt es warten. Wahrscheinlich könnte es theoretisch in einem Tag durch sein. Bei anderen dauert es aber vier Wochen, sechs Wochen. Sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie sie bei Amazon ausgelastet sind. Also, hab jetzt Geduld, warte, bis die Nachricht kommt, dass es freigeschaltet ist und dann kannst du loslegen, deine Vorteile zu nutzen. Das Thema Markenregistrierung und wie du die Vorteile richtig nutzt, ist auch ein großer Teil von meinem Amazon-Kurs. Dafür bin ich gerade bereit, neuen Content aufzunehmen und dort mehr ins Detail zu geben, wie wir es zu unserem Vorteil nutzen. Wenn das für dich interessant ist, wenn du Amazon mit meiner Anleitung starten möchtest, unter dem Video, erster Link, ist das Angebot zu meinem Amazon-Kurs. Es kommt mit meiner persönlichen Beratung, wo du mit mir zusammenarbeiten kannst. Hey, ich hoffe, das Video war wieder nützlich für dich. Wenn dem so ist und du noch nicht abonnierst, mach es jetzt, klick auf Abonnieren, auf das Glockensymbol und werd Mitglied der größten Amazon FBA-Community im deutschsprachigen YouTube. Dir viel Erfolg mit der Markenregistrierung und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.